English Subtitles are available for this video. WhatsApp möchte auch am PC mehr genutzt werden. Daher gibt es nun seit heute ein offizielles WhatsApp-Programm, mit welchem ihr am Mac oder PC über euer Smartphone alle Funktionen von WhatsApp nutzen könnt. Um es zu installieren, besuche zunächst WhatsApp.com und klicke auf Download. Auf der rechten Seite findet sich ein großer Download-Button für Windows, über welchen du eine setup.exe herunterladen kannst. Direkt darunter ist auch eine Version für Mac OS X verlinkt. Führe die Setup-Datei nun aus und du gelangst direkt ohne vorherige Installation in das Programm. Hier musst du zunächst dein Smartphone koppeln. Öffne dafür auf deinem Handy WhatsApp, klicke auf die drei Punkte und wähle WhatsApp Web aus. Drückst du nun auf das Plus, öffnet sich ein Code-Scanner, mit welchem du den Code von deinem PC einscannst und schon ist das Smartphone gekoppelt. Damit die Verbindung bestehen bleibt, musst du dein Smartphone stets mit dem Internet verbunden und natürlich angeschalten lassen. Du findest in der Oberfläche zunächst links deine Chat-Kontakte und rechts die Chats an sich. In der Menüleiste oben kannst du einen neuen Chat oder eine neue Gruppe eröffnen. Darunter kannst du auch deinen Profilstatus verändern und das Programm wieder abmelden. Bearbeiten bietet dir einige Tools zum Kopieren und Einfügen und unter Anzeigen kannst du die Größe des Programms konfigurieren. Ist dein Chat ausgewählt, kannst du diesen auch über den Menü-Eintrag Chat archivieren, stumm schalten, als gelesen bzw. ungelesen markieren oder löschen. Unter Hilfe kannst du auch die Beta-Updates für das Programm anfordern. Auch im Programmfenster selbst kannst du über das Plus neue Konversationen erstellen und die Einstellungen über die drei Punkte öffnen. Zusätzlich lassen sich hier die Benachrichtigungen bei neuen Nachrichten konfigurieren. Im Chat selbst kannst du wie gewohnt Nachrichten mit deiner Tastatur versenden. Möglich sind auch Smileys, Sprachnachrichten mit deinem Mikrofon und Bilder, die einfach via Drag & Drop in die Anwendung gezogen werden. Damit ist das neue WhatsApp-Programm eigentlich nicht viel mehr als WhatsApp Web, also die Browser-Version des Messengers mit nur wenigen neuen Funktionen. Im Video jetzt in der Infocard habe ich dir erklärt, wie du einfach mehrere Messenger in einem Programm zusammenfassen kannst. Sieh es dir gerne an und besuche unsere Website TutorialCenter.tv für mehr Informationen. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Chatten über Windows oder Mac mit dem neuen WhatsApp-Programm.